Hey, ich möchte euch heute meinen Anhoberkocher vorstellen. Ich habe ihn ganz einfach aus einer Konservenbüchse gemacht und möchte euch jetzt mal ein bisschen zeigen, was ich jetzt mache. Ich will mir eine leckere Erbsauce kochen, die Bushcraft-Nahrung. Ich habe hier schon Sachen bereitgelegt und ich mache das jetzt mal klein. So, ich bin jetzt fertig. Ich habe, wie man hier sieht, Kleinholz gemacht und die Rinder nehme ich zum Anmachen. So, jetzt werde ich den Ofen mal anschmeißen. So, endlich. So, jetzt kommt es gut. So, jetzt brennt er endlich. So, jetzt hole ich meinen Becher, so ich habe jetzt meinen Becher, ich nehme jetzt meine Erbswurst. So, ich nehme mir ein Segment raus, so, das zerbrösel ich jetzt, so und jetzt kommt ungefähr 250 Milliliter Wasser drauf, ich mache immer ein bisschen weniger, das schmeckt dann besser, man schmeckt mehr, sagen wir es so. So, ich mache ein bisschen Hals. So, das sieht dann so aus. Und dann sage ich mal, guten Appetit. Hey, ich hoffe mein Video hat euch gefallen, es ist mein erstes, ich habe meine YouTube-Premiere und vielleicht werdet ihr auch noch ein paar andere Videos von mir sehen zum Thema Bushcrafting und einen schönen Gruß an alle Bushcrafter und ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.